Hallihallo Donkey Kong Country Returns Wallfahrt das sechste Level der zweiten Welt und es sind nur noch zwei Level vermutlich bis wir die Strandwelt geschafft haben da bin ich sehr froh drüber denn ich bin kein großer Strandfreund im Spiel zumindest haut er erstmal den Boden kaputt was hat eigentlich gegen die ganzen gegen die Landschaft vielleicht mag er die Strände genauso wenig wie ich links war glaube ich nichts und wir versuchen einfach so schnell wie möglich hier durchzukommen es gibt auf jeden Fall Wahlfahrt hieß es wo ist der Wahl ich will den Wahl sehen ich habe mich so auf den Ball gefreut es gibt auf jeden Fall hat der gerade geschlagen er hat gefasst ich dachte er hat geschlagen in der Luft so mit der Faust hat er nicht gemacht auch egal was wollte ich das eigentlich sagen ich hab's vergessen ich glaub ich wollte einfach sagen weiter geht's was ei 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 runter da gut äh ja jetzt bin ich aufs Konzept gekommen egal Sachen einsammeln das können wir auch wenn es meistens knapp wird zack 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 runter da komme ich dann auch hoch danke schön dann auf dieser Seite das einsam und auf der Seite den Rest schnappen 9,9 von 10 auf der Richterskala so viel Nonsens dabei habe ich mir doch na gut man muss halt seinen Kommentar dem Skill anpassen sonst könnte das die Zuschauer verwirren jetzt habe ich leider nur ein Herz aber da ist der Wahl hallo dein Hintern sieht ein bisschen kantig aus hallo 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 ich bin gleich tot ist das nicht schön ja ist das schön es war dasselbe was man mit dem Schlüssel kein Speicherschwein da gewesen Mist ähm 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 ä weiß nicht was los ist. Bei jeder Aufnahme heute schon habe ich ziemlich kacke gebaut. Das war das ganze zweite Strandlevel. Die Welt an sich also. Da war bestimmt ein Puzzletall drin. Hauptsache kein Buchstabe, die sind hier wichtiger. Da mal gucken. Toll, eine Bananenmünze. Wichtig. Wo war das K eigentlich? Irgendwann am Anfang. Hilfe! Man fühlt sich einfach zu sicher, wenn man jetzt so ein bisschen fliegen kann. Die Musikobix ist genial. Ich glaube es ist auch so ein Wemix aus dem ersten Teil von den Wasserwelten. Moment, hier ging das so, dass man die alle umrollen kann. Und dann gibt es da ganz viel. Kegelvögel, was auch immer das sein soll. Ganz viele Bananenmünzen. Lasst mich doch mit diesem Scheiß hinrufen. Es liegt nicht an meinem Skill. Das Level ist blöd. Immer aufs Level schieben. Ich sag euch, wenn der Strand vorbei ist, dann werdet ihr so einen Leistungsschub bekommen. Ihr werdet euren Augen nicht trauen. Ja, wieder voller Leben. Herrlich. Oh, ich muss nicht mehr hauen. Oh, ich würde gerne... Ja, dumm, ne? Hätte ich diesen Booster, nicht, von Didi, dann hätte ich mich gar nicht darauf verlassen. Dann hätte ich das abschätzen können. Ich weiß gar nicht, wie das... Oh, was machst du denn jetzt? Was willst du von mir? Was habe ich dir getan? Scheiße. Oh, was ist da denn für ein Aschenohr hinten? Oh, er hat irgendwas... Er hat irgendwas gegen mich. Ich weiß nicht, was ich ihm getan hat. Hilfe. Einmal weiter. Einmal weiter. Boah, wie schnell ist der? Bitteschön. Ich wollte irgendwas sagen, ich habe es wieder vergessen. Aber das kennt man ja. Das macht das ganze LP so spannend. Wieso habe ich das Leben nicht bekommen? Okay, das... Ach, wollte ich eigentlich bekommen. Muss ich das Level nochmal machen. Aber nicht jetzt. Es gab ja keinen Speicherschwein, ne? Also müsste ich das ganze Level von vorne machen. Deswegen scheiß drauf. Mach ich dann irgendein andermal. 15. Das ist mein, glaube ich, Rekord. Glaub ich, Rekord. Glaub ich, Rekord. Mein Klubsch-Rekord. So, weiter. Leider kann man die Buschaben nicht behalten, K.O.N. Also wenn ich da wieder reingehe, muss ich alle nochmal einsammeln. Wenn ich jetzt alle vier habe. Wellenbrecher-Wahnsinn. Ja, ist jetzt echt blöd. Das ist das einzige Level hier bisher, wo mir die Kong-Buschaben fehlen. Was mir das letzte Level dann verwehrt. Äh, verwehrt, ja genau. Bleibt mir das verwehrt. Das ist nämlich da unten, wenn ihr das seht. Gerade hier, wo ich bin, unten dran. Da ist das letzte Level. Also das Bonus-Level quasi. Wellenbrecher-Wahnsinn. Das ist das Level mit einer richtig beschissenen Musik. Ihr werdet gleich sehen, warum. Mit einer interessanten Atmosphäre, aber mir gefällt es nicht so. Und es ist nicht leicht, das Level. Es hat einen Kronenschwierigkeitsgrad. Ihr seht schon, was da kommt. Das sieht richtig genial aus, muss ich ja sagen. Wie hier die Wellen kommen. Aber, oh, was ist hier denn drin? Bananen, die ich wahrscheinlich nicht kriege, wollte ich jetzt weggeschmissen werden. Gut. Da müssen sie sich halt immer beeilen. Das kennt man aufs Crawling-Level. Oh, ich bleib mal hier. Wenn es jetzt eine rote Krabbe wäre, dann wäre das... Ja, da habe ich gerade von geredet. So, da komme ich nicht ran. Toll. Kriege ich noch das K irgendwie? Kommt da nochmal eine Krabbe? Immer wieder kommen die Wellen. Toll. Ja gut, ich glaube, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Ich will mich jetzt aber auch nicht umbringen, deswegen. Ich werde schon früh genug sterben. Ah ja, hier geht der Stein hoch, dann hat man da nochmal so einen Zwischenschutz. Halala. Ich lese euch mal vor. Oh. Das Speicherschwein wäre hier und würde gleich weggespült werden. Boah. Was tickt da eigentlich so? Ist das ein Stein gewesen? Das Speicherschwein, der weggespült wird, bevor ich es erreiche. Das wäre übel. Oh, hört euch mal diese Musik an. Die ist einfach nervig. Nervig. Und unangenehm. Ich glaube, ich wünsche, dass die Guimix vorne von einem alten Lie. Dass das Guimix vorne von einem alten Lie ist. So rum. So. Boah, das ist mir zu schnell. Na ja. So, machen wir das so. Können wir Sprung sparen. Ja gut, das war nicht so. Oh. Schaffe ich nicht mehr. Nein. Ich wollte eigentlich nur einen Witz machen. Aber der hat sich leider als traurige Wahrheit rausgestellt. Und ich komme nicht mehr rein. Das ist schade an diesen Bonus Games. Ja, natürlich werde ich da getroffen. Natürlich. Ich habe zwar gewartet. Aber ich bin wieder am Anfang. Dann ist es nicht so schlimm. Dann kann ich mir jetzt das K holen. Denn die Kong-Buchstaben sind ja schon ziemlich wichtig. Dann noch gleich den nächsten weiter. Wo ist Didi? Ich fühle mich so nackt. Ach ja, ich weiß, was ich beim letzten Mal sagen wollte. Also ich glaube bei der 200 Prozent. Bei 200 Prozent dran. Also wenn man dann alle Level nochmal machen muss. Oh, jetzt habe ich das schon wieder verpasst. Idiot. Dann hat man glaube ich Didi gar nicht zur Verfügung. Man hat irgendwie nur ein Herz. Oder es sind beide dabei und man hat. Und beide haben halt nur ein Herz. Ja, das ist richtig nett. Das meinte ich nämlich. Das ist schwer das Level. Wenn da nur eine rote Kappe ist, kann man nicht draufhüpfen. Weil sie dann die Scheren aufstellt. Jetzt habe ich mir natürlich einen Vorteil vergeigt. Und habe Didi verloren. Ich muss hier stehen bleiben. Und jetzt will ich das K. Wie er so umdreht. Wie er einfach umdreht. So, jetzt. Da ist es. Wo. 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 Wie schwer es ist allein das K zu bekommen. Wo. Oh. Nicht so viel. Wo. 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 Wenn man das hier nicht drauf hat. Dann hat man ein Problem. Wo. Das ist so knapp. Der Stein geht nicht so hoch wie ich gerne hätte. Mit dem. Hier. Der hat mich an irgendeine kleine Zeichenjack Serie. Hier. Hier waren irgendwie drei Haie. Ich weiß aber nicht mehr. Wie ist es weitergegangen. War es nicht Ariel die Medium Frau vielleicht sogar. Ne. Ich glaube nicht. Okay. Das war irgendwie so eine Mini Serie. Auf Super Ariel bestimmt. Aber die war ganz witzig. So. Jetzt kann man das vielleicht besser machen. Ich will immer. Das Leben aber stricks nicht. Dann holen wir uns jetzt mal zuerst. Die. Und jetzt. Nur noch das Leben. Perfekt. Eigentlich ganz einfach. Ich meine im zweiten Teil Donkey Kong Country. Haben die überhaupt nicht gestoppt in der Mitte. Also. Die sind durchgängig. Haben sich gedreht. Aha. Boah. Die Kiste. Also. Ich sage immer Kiste. Das Fass hat mich gerettet. Das ist doch keine Kiste. Das Fass. Das Holzfass. So. Genau. Hier war ich schon. Oder? Nö. Das sah nur so ähnlich aus. Boah. Riesige Zähne. Lalala. Vier. Boah. Schon vier von fünf. Kann das ja wieder gar nicht mehr so lange dauern. Sind das Geister da oben? Ne. Ich dachte das wäre so ein grinsender Geister längs oben. Ähm. Okay. Dann muss ich wieder diesen Sprung machen. Upp. Walla. Den ich inzwischen ganz gut kann. So. Den bringen wir jetzt um. Aus Prinzip. Oh. Wow. Da war sogar was drin. Ich dachte. Da wären wieder nur Bananen dran gewesen. Ausnahmsweise ist er immer belohnt für seine Neugier. Ähm. Was? Wow. War das knapp. Scheiße. Scheiße. Alter Falte. Hilfe. Schnell weg. Boah. Wie knapp ist das hier? Oh. Ich seh schon. Jetzt kann ich euch das mal zeigen. Mit dem Sack. Und letztes Mal habe ich das ja fast einfach weggeworfen. Wenn ich das jetzt hinkriege. Also ich kann ja jetzt super gut ziehen. Was? 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 Oh fuck. Ich trau mich nicht. Muss ich jetzt diesen schweren Part nochmal machen? Bitte nicht. Oh. Es sieht so aus. Das ist ganz unangenehm. Denn den. Ich weiß nicht ob ich den nochmal hinkriege. Der war richtig schwer. Ich glaube es war auch die schwerste Stelle im ganzen Level. Scheiße. Ich will nicht. Ich meine das Puzzleteil muss ich jetzt schon nochmal einsammeln. Aber ich warte trotzdem hier. Ist doch klar. Aber ich warte trotzdem hier. Der dreht halt jetzt nicht um. Der. Ich glaube. Der Mr. Krabs. Ich bin so gut ne. Sag ich ja normalerweise nicht. Aber. Es ist einfach wahr. Lala. Manche müssen aber auch immer mal die Wahrheit sagen. So. Da oben war gar nichts besonderes drinnen ne. Ich habe mein Leben für nichts geopfert. Mache ich aber nicht gern. Wieso bin ich eigentlich getroffen worden? Ich verstehe das nicht. Ich habe es doch genauso gemacht wie jetzt. So. Aber ich schaffe. Hier fehlt auch nichts mehr ne. Alles erreicht. Ich muss dieses Level nie wieder betreten. Es sei denn. Ich mache äh. 2 Prozent. Was ich davor habe. Oder will noch irgendwie auf Zeit machen alles. Boah das wird übel auf Zeit. 15. Weil letztens hatte ich 14 oder? Oder hatte ich schon mal 16. Egal. Ja. Ich habe wieder nicht geguckt was ich bekommen habe. Ich schüttel einfach nur und sehe nicht direkt was ich dafür kriege. Sehr egal. Ja ja. Schaffen wir noch den Boss? Jetzt kommt ja noch der Boss oder? Den schaffen wir noch. Der ist bestimmt nicht schwer. Aber es waren diese Krabben. Kneipende Kozaren. Das ging ganz nach Krabben. Äh Krabben. Ich habe Hunger. Ich will Krabben essen. Puh. Ich weiß noch dass ich. Als ich zum ersten Mal. Ich habe ja erst einmal dieses Spiel gespielt. Da hatte ich ganz schön Probleme mit diesem Boss. Weil ich nicht gecheckt habe wie der geht. Aber jetzt weiß ich wie er geht und ich glaube der ist gar nicht so schwer. Sollten wir schnell hinkriegen. Ja. Ich habe beinahe weggeklickt. Boah rutscht doch rein. Jam jam jam. Die richtige Piraten hier. Uh. Was sind das denn für. Rasseln sind das. Die Tickies sind ja auch immer so wie ein Musikinstrument. So sehen die aus. Ja der wie die Gitarre aussieht kommt glaube ich das nächstes Jahr ist ganz witzig. Weil die Rasseln haben auch was. Die rasseln so schön. So wie ging das? Die Tickies gucken wieder zu auf ihren billigen Plätzen. Denke mal ich hüpfe drauf. Ja. Und dann wie man es kennt. So. Ist ja nicht so schwer. Warum buhen die mich aus? Oder buhen sie einfach die Krabben aus? Das nehme ich mal an. Geh mal an. Ist ja ein Heimspiel für die. Ah. Der ist ein bisschen gefährlicher. Dann muss ich direkt so machen. Leicht. What the? Ok gut. Stimmt ja da war was. Geht der auch irgendwie wieder mit den Krabben hoch? Ähm den. Ja. Jetzt wollte ich nämlich abwarten kurz. Erst mal die Gegner analysieren, bevor man nicht einfach draufstürzt. Der Tiki macht mir nichts gut. Ich gehe mal drauf. Ja, genau in dem Moment. Super, schön analysiert. Gut gemacht, Sam. Genauso will ich das sehen. Genauso. Hier, guck mal einen fettigen, haarigen Arsch an. Dumme Krabbe. So, und jetzt? Bis jetzt ist das noch nicht so besonders. Wow. Ich habe vergessen, dass ich dir die habe. Ich dachte, ich hätte es versaut. Da braucht man ein bisschen Geduld, wenn man einfach nicht dumm ist. Einmal lasse ich sie noch hoch. Was will der denn jetzt? Wieso soll ich das machen? So? Ich dachte, ich muss nur draufhüpfen. Der hat mich verwirrt. Ich soll eine Rolle machen. Meint der. Was labert der? Dann gehe ich genau in den ihre Messer rein. Muss ich noch auf den Kopf springen. Okay. Ja, okay. Ja, ich habe natürlich das Herzfeuer eingesammelt. Natürlich. Klar macht man das so. Du musst doch wahrscheinlich dreimal treffen, ne? Super. Ach, jetzt geht es wieder von vorne los. Herrlich. Ich habe nur noch ein Herz. Das ist... ein Problem. Ein großes Problem. Das heißt, ich werde es wahrscheinlich nicht auf Anhieb schaffen. Aber die sind sonst auch ein schwerer als die Roten, die wir schon kennen. Ja, der ist schnell. Hilfe. Zack. Bams. Jetzt gehen sie wieder hoch. Oh nein. Ich schaffe das nicht. Ich habe nur noch ein Herz. Es sei denn, es gibt gleich wieder ein Herz. Ich muss ja direkt umhauen, oder? Oder muss ich einmal draufhüpfen? Ja, besser jetzt als später. 47 Leben. Habe ich gerade bekommen? Ist das Decay? Geil. So, überspringen bitte. Überspringen bitte. Überspringen bitte. Ach, mit A. Ähm, ja, hallo. Das machen wir jetzt ein bisschen schneller. Und hoffentlich, ohne betroffen zu werden. Ich will keine halbe Stunde Folge machen hier. Aber ist ja auch egal. Die Zeit soll keine Rolle spielen beim Spielspaß. Und jetzt nicht. Da muss ich einmal draufhüpfen. Hier nochmal hochgehen, nochmal hochgehen, nochmal hochgehen. Ich habe da irgendwie so das Timing noch nicht so ganz raus. Aber ist ja auch egal. Solange ich die nur besiege. Ja, komm, das ist jetzt super. Dankeschön. Shit, super. Ah. Ich glaube, einmal muss ich denen doch auf den Kopf springen, oder? Boah, das war knapp. Habt ihr das gesehen? Knapp. Hä? Ich dachte, das ging dann so. Aber die haben jetzt noch die Scheren da. Gehen die Scheren gleich weg? Nee, die sind immer noch da. Und seitdem ist das Schwein, wie das zeigt, oder was? Das sind Bullshit. Jetzt? Ich verstehe es nicht. Wann muss ich... Ach, wenn sie hoch machen, ne? Dann sind die... Deswegen habe ich auch beim ersten Mal bei meinem Spiel das nicht gecheckt, wie das geht. Weil ich einfach nur dumm bin. Das war jetzt das erste Mal, oder? Hat verknappt. Jetzt habe ich den bald gecheckt. Ist das denn schön? Da freut mich doch immer mal, was rafft. Was? Weil ich natürlich auf die Schere geflogen bin. Genau. So eine große Hitbox. Der will mich doch verarschen. Jetzt will der ewig nicht. Ich will mich echt verarscht hier. Das schaffe ich wieder nicht. Ich habe nur ein Herz. Sehr ärgerlich. Ja, auf. Gibt es irgendwann mal ein Herz wieder, oder? Habt ihr keinen Bock darauf? Oh, ich habe es geschafft, oder was? Cool. Dann war das ja schon das dritte Mal wahrscheinlich. Die Armen. Auf jeden Fall mal eine neue Idee, aber... Genau wie die ganze... Was geht mit dir? Also eine Szene. Wie die ganze Welt, nicht so mein Ding. Aber ich freue mich auf die nächste Welt. Die wird wieder schön. So, ran. Ja, man muss auf jeden Fall warten, wovon man schüttelt. Wenn man direkt schüttelt, dann wird es irgendwie nicht... ...gemerkt. Ja? 19. Kann es sein, dass es vor 20 Jahren irgendwas Tolles gibt? Egal. Kein Show. Haben wir das geschafft? Der Strand ist geschehen. Juhu. Ähm. Ruinen. 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 Okay. Dann geht es hier beim nächsten Mal weiter. Ja, würde ich glatt mal behaupten. Bis dahin. Mein Name ist Sam. Ciao, ciao. Το Sabin. Ich lass ne ja. Bis dahin.